Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing-Satox, hier mein Unboxing-Kanal in 4K-Video. Diesmal habe ich das zweite Volume und somit das vorvorletzte Volume, der Serie Food Force, Shokugugino Soma. Für euch, ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet, dass die Folie schneller abgeht. Das FSK-Logo ist nur von außen auf der Folie aufgeklebt, insofern man die abkommt. Zack, weg ist es. Wie Magie. Da ist die gute Megumin drauf. Ich hoffe, ihr habt den Namen nicht euch mit durcheinander... Megumi, nicht Megumin. Darum geht es. Hier sind die technischen Daten. Episoden 7 bis 12, Deutsch und Japanisch in Sprache und Deutsch in Untertitel. Insgesamt 150 Minuten in Full HD mit Deutsch 2.0. Als Extras ist ein Booklet mit dabei und hier habt ihr mal die Episodentitel. So, können wir gelesen. Da haben wir nochmal das Innere. Und hier ein paar Lecker rein. Da kriege ich irgendwie gleich wieder Hunger. Werbung für den Manga. Erscheint hier zu Ende bei Carlsen Manga. Hier haben wir die gute Mito. Nehmen wir mal Megumi. Und... Der Name ist mir leider entfallen. War noch irgendwelche Italiener. Werfen wir doch nochmal einen Blick hier rein. Hier sind noch mal die ganzen Gänger erklärt, was da so passiert. Charaktere waren hochgezeigt. Das ist ein... Naja... Ekel, nennen wir es mal. Chino oder wieder... Chino Mia heißt er. Und das war's. Das erste Volume verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Einen Kauflink zu Amazon für dieses Volume findet ihr auch in der Beschreibung. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.